Triff einen Gegner oder ein Fahrzeug mit dem Ride the Lightning Gegenstand. Also den Ride the Lightning Gegenstand könnt ihr als Flurloot finden, aber auch in Truhen. Oder ihr landet ganz einfach bei diesen Orten. Bei diesen Orten könnt ihr den Gegenstand immer finden. Der Ride the Lightning Gegenstand wäre diese Gitarre. Insgesamt habt ihr für die Aufgabe drei Phasen. Ihr müsst bei der ersten Phase einmal ein Fahrzeug oder einen Gegner treffen. Bei der zweiten fünf, bei der dritten fünfzehn. Also ich würde euch empfehlen mehrere Fahrzeuge nebeneinander zu parken. Setzt dann den Ride the Lightning Gegenstand ein. Trefft jetzt die Fahrzeuge. Wenn ihr es schafft mehrere Fahrzeuge zugleich zu treffen, habt ihr die Aufgabe schnellerer Lady.